Was geht ab, Leute? Euer Frapsis hier, heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video geht es auf jeden Fall um den Fortnite-Gegenstand-Shop vom 7.6.22. Ich würde sagen, wir checken das Ganze natürlich gerne mal aus und switchen direkt mal zum Item-Shop. Der hat sich schon aktualisiert, ich habe noch nicht ganz reingeschaut. Wie ihr gesehen habt, Freunde, haben wir mal ganz oben an Battle Pass und Fortnite Crew-Paket wird weiterhin Werbung betrieben. Dann haben wir das Operation Black Tabby-Paket wieder am Start und mehrere weitere interessante Sachen. Die wir uns natürlich gleich nochmal genauer anschauen werden. An Paketen gibt es soweit nichts Neues, wie ich sehen kann. Deswegen gehen wir mal direkt über zu den OG-Fortnite-No-Skins. Ich sage mal so, Freunde, die ganzen No-Skins hier, sowohl auch der Gleiter natürlich da unten, sind euch, denke ich mal, bekannt. Die ganzen Kollegen waren im allerersten Kapitel da. Ich sage mal so, die sind nicht so selten. 38 Tage waren die zuletzt drin gewesen, nimmt man gerne mit. Dann, meine Freunde, gehen wir hier einmal nach oben und zwar haben wir hier diverse Skins, die wieder zurückgekehrt sind im täglichen Bereich. Fahren wir jetzt allererstes mal mit den Emotes an und dann gehen wir über zu den Skins. Als allererstes mal mit dem Schlagfertig-Emote, der ist nach 34 Tagen wieder da. Nach 33 Tagen haben wir den Ragequid-Emote. Nach 32 Tagen haben wir Seilspringen am Start und nach 38 Tagen Hypnotisch. Nach 36 Tagen haben wir die Volleymeisterin zurück und nach 31 Tagen die Sparta-Assassine. Hier oben geht es dann einmal weiter mit den Spielzeug-Troopern. Die Spielzeug-Trooper, genauso wie die Lackierung hier, sind nach 38 Tagen wieder zurückgekehrt. Dann gehen wir einmal rüber zu Raptor und VeloCity. Die beiden Skins sind nach 40 Tagen wieder zurück, also nichts Besonderes Seltenes. Und hier oben haben wir dann auch mein Operation Black Tabby-Paket. Das ist nach einem Monat wieder zurück. Ist auf jeden Fall ein Paket für sich. Entweder man feiert es oder man lässt es sein. Ich finde die Lackierung auf jeden Fall optisch gesehen cool. Skins etc. finde ich jetzt nicht so nice. Das, meine Freunde, soll es auf jeden Fall hier mit dem Shop gewesen sein. Vom 07.06.2022. Ich verabschiede mich und würde sagen, Freunde, wir sehen uns im nächsten Video. Und rein geht mit dem Flow, euer Fraps und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.